Das ist Stefan. Stefan ist ein Business Coach. Als junger Kerl stellte er sich immer die Frage, wie man sich wohl am besten mit der Welt verbinden kann. Und er arbeitete ein ausgefeiltes Konzept. Stefan weiß nun, wie man sich mit der Welt verbindet. Er entwickelte ein perfektes Social Media Verhalten und bildet heute Menschen darin aus. Da er nun fast mit der ganzen Welt verbunden ist, werden ihm oft neue Informationen zugetragen. Erst kürzlich wurde er durch einen Twitter-Freund auf Nurse aufmerksam gemacht. Nurse ist ein Unternehmen von jungen, erfahrenen Unternehmern für Unternehmer. Nurse wurde dafür geschaffen, die Geschäftswelt besser zu verbinden. Stefan sah sofort die Möglichkeiten, die Nurse für sein Unternehmen bereitstellen wird. Für nur 99 Dollar erstellt Stefan bei Nurse sein Anbieterprofil. Und schon kann er von anderen Unternehmern wahrgenommen werden und sich mit diesen verbinden. Nurse ist auch eine sehr gute Plattform für junge Unternehmer, auf der man alles über die Gründung von Unternehmen erfährt. Und bei Bedarf können Fördermittel beschafft werden. So können Erfahrungen auf einfachste Weise ausgetauscht werden. Stefan hat dann ein Webinar für seine Dienstleistung gehalten und konnte so sein Vorhaben noch besser erklären. Einfach die Slides hochladen, Webinare erstellen, die Präsentation starten, auf einen Button klicken und los geht's. Die Teilnehmer können Fragen stellen und diese können beantwortet werden. Das Webinar-Tool war ganz einfach zu bedienen. So können Interessenten kommentieren, diskutieren, bis sie sich letztendlich miteinander verbinden. Stefan kann auch Videokurse einstellen, in denen er erklärt, worum es in seinem Geschäft geht. So können Neukunden für Dienstleistungen und Produkte auf einfachste Art und Weise gefunden werden. Und nach Präsentation verbindet Nurse alle Teilnehmer automatisch. Stefan ist von nun an Vollzeitbenutzer von Nurse und kann mehr Geld mit seinen Produkten und Dienstleistungen verdienen. Und das ist nicht nur alles, denn Stefan wird auch zukünftig von Nurse profitieren. Einmal angeschoben, verbreitet sich Nurse weltweit wie ein Lauffeuer. Und Stefan wird von jedem, der sich ein Geschäftskonto unter ihm anlegt, bis in die 30. Linie profitieren. Mehr dazu erfährst du in folgenden Webinaren. Stefan hat in 5 Wochen weltweit 5000 Partner gefunden und momentan kommen täglich ganz von alleine 100 dazu, von denen er nicht einmal weiß, woher diese kommen. Und wenn nur ein geringer Teil, auch so wie Stefan, das Potenzial von Nurse erkennt und sich ein Geschäftskonto bei Nurse anlegen wird, wird das große Geld nicht ausbleiben. Nurse funktioniert auch für dich. Schau dir einmal dieses Bild an, in dem Stefan sich bei seinen Freunden in der Deutschlandgruppe bedankt. 5000 Affiliate-Partner in weniger als 5 Wochen in 146 Ländern. Herzlichen Dank Stefan, dass du uns auf Nurse gebracht hast. Wie lange und schnell sich dieses Lauffeuer weiterhin verbreiten wird, ist nicht absehbar. Wusste Mark Zuckerberg in den Anfängen, wie sich Facebook entwickelt? Niemand hatte es anfangs ahnen können. Werde jetzt ein Teil unserer Community. Den Link findest du in der Videobeschreibung oder unter diesem Video. Nurse von Unternehmern für Unternehmer und alle, die es werden wollen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.hershopf- Roth.com